Ist mal richtig behindert einer. Ist mal richtig behindert einer. Willkommen zu einer Endgame und zwar Investigator. Los gehts. Mal gucken, was wir hier arbeiten. Hört sich an wie ein Atom an. Eingriff. Nö. Muss ich nicht verstehen. So. 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 Keine Interesse, ok? Keine Zwerg, der ist ein bisschen falsch, wir haben so schöne Arbeit, aber das ist nie ich vom Alter, da hätte man jetzt wieder mehr Steine als Basalen, na, geil. Also ich spüre mit Kontrolle, dann aber bitte klümpfe ich nicht von der Tasse, oder? So. 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 ich hier brauchen. Scheiße, als ich nicht rennen kann. Wenn ich das so kann, kann ich nur noch nennen. Engartig, ey. Scheiße, Drecksbaum. Ist ja klar, dass es so ist. Warum nicht? Das ist ein Drecksbaum. 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 Ein Drecksbaum. Wunderbar ein Licht. Mahlzeit. Das war noch ein Nippe. Du warst zur Hölle. Level 2, 0 Uhr, Minus 10 Grad. Du warst zur Hölle. 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 Sehr schön. Müsst du noch was essen jetzt? Du warst zur Hölle. 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 Ich hab die Kontrolle angeschlossen. Ich hab die Kontrolle angeschlossen. Das ist ja doof. Tastatur und Moritz zusammen. und Controller noch dazu am besten. Ah, nächst du hier drückt halten, dann klappt das super. Aber duken kann sich da Penner nicht, ey. Wtf, ah willst du verlangen für Achtung? Oh, leil. Das ist ja ein Drecksloch. Ist ja fast wie Stalker, ey. Und Drecksfücher noch dazu, lol. Schasse spinnen. Geil. Alter, ich muss Controller und Tastatur. Mann. So will ich noch. Ach, Mann. Komm, bewegt dich, ey. Mann. Das ist der Peschwein, Uga. Keine Ahnung, was das ist. Aber egal. Drecksfücher, vergisst dich, Alter. Alter, nehmen wir mal deine Flossen weg. Da sieht man gar nichts von. Und wo kommt der auf immer her? Nehmen wir mal deine Flossen weg. Das ist ja gut. Okay, akzeptiert. Level 3, 37, 15 Karten. Hm, alles schön, schön. Sieht voll brutal aus. Ja, mich brauchst du dich angucken, also. Der pennt da erstmal noch runter. Aber wie er da hingekommen ist. Das sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Fall wieder. Das sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Fall wieder. Also, runter rein, bis dann. Ja. IMPLICENCIO 3 1 11